Hallo, heute setzen wir unsere kleine Serie besondere Orte im Deutschen Bundestag fort. Und wo wir uns hier befinden, ist nicht etwa der Eingang zu einer Disco, sondern das ist der unterirdische Tunnel unter der Wilhelmstraße. Er verbindet zwei Abgeordnetengebäude und wenn es regnet, kann man hier trockenen Fußes hin und her laufen. Es ist ein besonderer Ort, es sieht sehr nach einem liberalen Ort aus, aber das ist eine Lichtinstallation einer Berliner Künstlerin. Und sie ist, glaube ich, wirklich etwas Besonderes. Wer die Chance hat, kann hier gerne mal durchlaufen beim Besuch des Bundestages. Untertitelung des ZDF, 2020